Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forgold in Victory. Ich bin Mu und auch heute werfen wir gemeinsam wieder einen Blick auf die aktuelle Situation der deutschen Clans auf der Weltkarte. Zuvor aber wie immer die News. World of Tanks wächst. Mit dem Start der Closed Beta von World of Tanks Generals erblickt nun ein weiterer digitaler Zeitvertreib das Licht der Welt. In Form eines Sammelkartenspiels können wir nun Gefechte Mann gegen Mann bzw. General gegen General mit all den Panzern und Fahrzeugen aus World of Tanks gegeneinander austragen. Die ersten Einblicke gibt es natürlich bereits auf meinem YouTube-Kanal. Einmal schlafen und es ist soweit. Die sechste Fight Night XL steht in den Startlöchern und diesen Samstag ab 19 Uhr treffen sich erneut über 260 verschiedene deutsche Clans um mit und gegeneinander in die Kompanie Gefechte zu gehen. Mit weit über 2000 verschiedenen Spielern ist das wohl das größte Community-Event diesen Monat und auch ich werde natürlich wieder durch die Kompanien hoppeln um mit euch zu fahren und euch einen Einblick in die verschiedensten Taktiken und Clans zu geben. Also nicht verpassen diesen Samstag ab 19 Uhr. Den Link zu weiteren Infos findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. All Good Things. Mit diesen Worten schließt der wohl größte englische Fanblog zu World of Tanks seine Pforten. For the Record wird eingestellt. Urheber und Blogger SilentStalker widmet sich nun komplett seinem neuen Job und übergibt das Infofähnchen nun weiter an die allseits beliebte Community-Kontributorin Rita Gamer. Von nun an gibt es die aktuellsten Informationen aus dem russischen Forum direkt übersetzt auf ihrem neuen Blog. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Des Weiteren ist das deutsche Community-Kontributoren-Team weiter gewachsen. Nachdem in den letzten Wochen und Monaten mein YouTube-Kollege Barme, der Streamer Doxen und Seahles für seine Fight Nights in die Illustrunde aufgenommen wurden, so kamen diese Woche Riocut und Grummel hinzu. Ich gratuliere beiden ganz herzlich und freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit. Last but not least noch kurz etwas in eigener Sache. Mittlerweile haben sich über 8000 Abonnenten auf meinem Kanal versammelt und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei all den Zuschauern da draußen bedanken. Für den super Support, für all die Kommentare unter den Videos und natürlich für die ganzen erhobenen Däumchen. Also vielen lieben Dank und wir sehen uns auf der Fight Night. Das war's mit den News, wir springen auf die Weltkarte. Aus deutscher Sicht ist Europa derzeit wie leergefegt. Gerade mal vier deutsche Clans sind hier aktiv. Aber beginnen wir wie immer mit Westeuropa. Die britischen Inseln sind diese Folge nicht nur lila. Fame verlor gestern das Gefecht gegen die Red Devils auf Schottland und gaben somit das erste Mal seit langer Zeit etwas von ihrem Inselkönigreich preis. In Frankreich machen es sich Payne und Baba gemütlich und sammelt derzeit völlig ungestört etwas Gold. Deutschland dagegen ist nicht mehr von der grünen Allianz besetzt und die letzten Rest des Drongs wurden gestern von Omni in Niedersachsen geschlagen. Nun stellt sich allerdings die Frage, was werden Omni und der deutsche Clan Ode Mortis tun, nachdem all die Gegner besiegt sind? Werden nun die Provinz neu verteilt oder gilt nun das Recht des Stärkeren? Auch der halbdeutsche Clan Nos Novo Ordo Seclorum ist derzeit sehr aktiv und besetzte den nördlichen Teil Italiens. Weiter östlich hat der deutsche Clan Jumbo mittlerweile die komplette nördliche und östliche Flanke der blauen Allianz fest im Griff und zieht nun gegen Fire. Und zu guter Letzt landete gestern die German Elite Community ganz am Osten der Weltkarte und steht nun BEA Steel Panthers und der neunten TD gegenüber. Wir springen ins Mittelmeer. Auf der ibirischen Halbinsel findet derzeit mal wieder ein Gemetzel statt. Hier bekriegen sich mit Herb Derb Unicorn, Warning und Jekyll drei sehr starke Clans. Italien dient derzeit ebenfalls als Schauplatz einiger Auseinandersetzungen, diesmal mit deutscher Beteiligung. EFE, hier in Mittelitalien zu sehen, wird gerade von drei Seiten bedrängt. Aus dem Osten drückt die blaue Allianz in Form von Enger, aus dem Norden gibt es Feuer von Tari und von Süden piekst der deutsche Clan AAV. EFE steht damit unter erhöhtem Druck und ich bin sehr gespannt, wer demnächst als Gewinner vom Platz gehen wird. Auf dem Balkan ist es derzeit eher ruhig. Außer ein paar kleineren Scharmützeln mit EFE-Separatisten ist der Balkan inklusive der Türkei fest in blauer Hand. Neben Jumbo im Norden sitzt auch der zweite deutsche blaue Clan, Face the Faceless, hier natürlich mitten in der Türkei an einem wahrlich sonnigen Fleckchen und genießt den Urlaub. Weiter südlich im Nahen Osten finden wir den nächsten deutschen Block. Wie auch in den letzten Folgen von For Gold and Victory halten hier die Clans Krawall und das Stahlkettenbündnis ihre Provinzen fest zusammen und bieten immer wieder ein beeindruckendes Bild auf der Weltkarte. In Nordafrika soll ich diese Woche auch Hami erwähnen, da hier ebenfalls viele deutsche Spieler ihrem Clan-Tagewerk nachgehen. Trotz Clan-Kommandanten Hamis charmante Art und Weise – er flämt gerne – sind dort natürlich viele nette deutsche Spieler vertreten, die ich an dieser Stelle mal ganz herzlich grüßen möchte. Disiratisnatus landete gestern im Herzen der Wildgänse 12. Damit kuscheln nun gleich zwei starke deutsche Clans miteinander und ich hoffe, sie können sich hier auf eine Zusammenarbeit einigen. Und zu guter letztendlich landeten vorgestern die Crowds zwei auf den Kanarischen Inseln und ziehen nun langsam Richtung Süden. Wir springen nach Westafrika. Diese Folge ist in Afrika aus deutscher Sicht eher wenig los, deshalb geht es schnell. Neben einem großen Panzerknacker-Verbund aus drei Clans und 15 besetzten Provinzen finden wir im Westen auch eine groß angelegte Invasion des Clans Xyp. Und darüber befindet sich der Clan Nomam mittlerweile unter einer komplett neuen Clan-Führung. Ich bin sehr gespannt, ob demnächst weitere deutsche Clans hinzukommen, aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge von For Golden Victory. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.